Der war letztes Mal auch schon da und hat auch schon geworfen gesagt und ja, Kameranden ist schöner Mann. Also einmal Dankeschön noch an den Sebo, einmal großen Applaus, auch hier wieder spontan organisiert. Ehrenmann, Ehrenmann, das war echt krass. Wir haben ja vorgestern noch geschrieben und waren am überlegen, machen wir Demo, machen wir Kundgebung und das war wichtig, dass wir hier heute nochmal so ein Statement geben. Es ist mega krass, wie viele Leute hier sind. Ich bin überwältigt davon, dass noch mehr gekommen sind. Ihr heute noch krasser seid, noch lauter. Also vielen lieben Dank erstmal von mir an euch. Ich möchte euch einfach mal loben. Einmal, ihr seid alles Ehrendemonstranten und Dankeschön einmal an euch sehr. Es ist so friedlich geblieben, es ist so krass, ihr seid so geil. Ehrendemonstrant. Ehrendemonstrant. Aber, 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 ich möchte hier gar nicht irgendwas großartig rum, aber ich möchte eine Message verbreiten. Ich möchte, dass ihr euch informiert. Ich möchte, dass ihr ins Internet geht, euch über Artikel 13 informiert, einfach mal zu gucken, was passiert denn wirklich, wenn Artikel 13 kommt. Das ist gar nicht so schwer, man braucht, keine Ahnung, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Man sucht sich ein paar Texte aus dem Internet raus, die fachlich recherchiert sind, die keine Propaganda sind von der einen oder der anderen Seite. Einfach mal nachlesen und ihr könnt euch innerhalb von dieser Viertelstunde schon besser informieren und seid danach schlauer als der liebe Axel Voss. Weil wie der Axel Voss einfach mal bewiesen hat, in seiner eigenen Rede im Parlament hat er einfach mal überhaupt keine Ahnung von seinem eigenen Gesetz. Er weiß überhaupt nicht, was das für das Internet bedeutet. Und er sagt einfach, nein, Uploadfilter werden gar keine Konsequenz sein, die stehen gar nicht im Text, aber es ist rein logisch. Es gibt keine andere Möglichkeit, als Uploadfilter zu integrieren. Das ist so, habe ich häufig gehört, den Vergleich. Versuch doch mal nach Berlin zu kommen, ohne ein Flugzeug zu benutzen, in einer Stunde. Ja, natürlich ist es nicht vorausgesetzt, dass du ein Flugzeug benutzen musst, aber anders schafft man es einfach nicht, von hier aus bis nach Berlin. Also es ist eine logische Konsequenz, das ist einfach Bullshit. Und er hat auch keine Antwort auf die Fragen, die man ihm stellt. Und das ist einfach so traurig. Deshalb informiert euch, wir wollen auch schlauer sein als die Leute, die uns gegenüberstehen. Wir wollen argumentieren, wir wollen fachlich dagegen protestieren, weil es macht einfach auch keinen Sinn, die Urheberrechte in Artikel 13 so zu vertreten. Es sollen Urheberrechte auf jeden Fall aktualisiert werden. Es sollen die Künstler und die Kreatoren von Medien und von Kunst auch belohnt werden. Ja, sollen sie. Es soll auf jeden Fall eine Reform geben. Aber es soll nicht in dieser aktuellen Bullshit-Form passieren. Also, wir sollten weiterhin protestieren gegen die aktuelle Version von Artikel 13. Und ich finde es einfach nur geil, wie viele Leute hier sind. Deshalb kommt auch am 23.03. wieder... Sprecht mit euren Freunden, sprecht mit eurer Familie, Eltern, irgendwem mobilisiert alle in Deutschland weiter. Dann gibt es auch keine Ausreden mehr. Ja, keine Ausreden an die Leute, die jetzt nicht hier sind, die arbeiten müssen, die irgendwelche anderen Verpflichtungen haben. Den 23.03. ganz groß im Kalender eintragen. Und dann werden wir nochmal in Berlin gehen. Und dann werden wir richtig protestieren und richtig laut werden. Und dann werden wir hoffentlich auch final gehört, sodass Artikel 13 nicht auf den Weg gebracht wird. Vielen lieben Dank. Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielleicht noch einmal. Wir sind viele, weil ihr uns die Freiheit klaut. Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut. Dankeschön! Vielen lieben Dank, Sepp dafür!